Bereit für Lauf 3. Eddies Challenge nimmt langsam Formen an. Das Wo, Wann und Wer findet ihr in der App. Okay, fangen wir an. Lauf 3 geht los. 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 Das war's. Melissa nochmal. Du gehst wirklich deinen Weg. Gut, ich habe den nächsten Lauf in der App gepostet. Sie ist dir an. Bis später. Bis später.